ich werde hier nichts unterbrechen ohne scheiß ist schlimm ganz schlimm war es ganz schlimm ich rufe den an der soll mir vorwarnung deswegen hat er mich heute mittag angerufen jens ich wollte mal wieder anrufen wie geht's dir du wirst nichts verstehen es wird wild er geht nicht ran ja ich bin da erzähl mir ganz kurz die ich gehe gerade in dein video rein erzähl mir ganz kurz was ab was erwartet was erwartet nicht bevor ich jetzt play drücke leute schreiben schlimm deswegen hast heute mittag angerufen um auf gutem freundschaft zu machen hast mir nichts von dem video erzählt was heute rauskommt aber du hast mich angerufen weil du angst hast die leute schreiben es ist schlimm und ganz mies heute ja zu recht du wunderst dich bei dem was du da fabriziert und jetzt entscheide ich ob unsere freundschaft vielleicht für immer kalt gelegt wird zeig mal dein gesicht die leute sehen dich wollen dich doch sehen ja also wie kann man so blöd sein ab sofort telefoniere ich nur noch so mit dir einfach geil wir telefonieren nur noch so dass er unsere handys an die wand halten okay dann zeigen wir uns sascha guck mich an mein engel jens mein lieber da ist nichts drin ist die leute übertreiben die leute übertreiben ist nichts drin wirklich und selbst wenn was drin ist jetzt wirst du nicht verstehen da von daher alles noch mal ich gucke jetzt an tschüss seid ihr bereit heute ist wieder so weit heute hat mir luca mal wieder eure clips zukommen lassen das heißt wir drehen heute versuche nicht zu lachen ich hab's nicht was ich muss kurz unterbrechen ja eben regt euch nicht auf ich muss kurz unterbrechen weil gestern habt ihr gesehen als ich auf dem hausboot war ich habe so ein paar mädels gefilmt so auf diesem paddel ding auf dieses wo du stehst und paddelst habt ihr spaß mensch klasse nicht runterfallen hat das machst du aber toll mensch ihr seid auch alle hübsch tschüssi und dann schreibt mir umge ist der irische troll kringi kringi ich hab's nicht verstanden ich würde sagen wir fangen direkt an mit dem ersten clip let's go ich fasse so freaking konzentration hörenger was so費 ich dir nicht viel mehr was moderiert blabsten poka presents Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die schönste lange Unterhose im Land? Ich? Echt? Findest du? Sascha! Danke. Sascha! Gute Nacht, Spieglein. Bis morgen. Grüße gehen raus nach Rastatt zu Jens. Und ich habe mich schon jahrelang gefragt, wer da draußen, wer in Deutschland hat die schönste lange Unterhose vom ganzen Land? Ganz kurz noch mal, wie raus war bitte der Typ, der Poker gespielt hat? Das war die Hand deines Lebens! Hey! Hör zu! Hör auf! Sascha! Ich weiß gar nicht, dass sowas im Internet ist, so eine Scheiße! Woher soll ich denn... Wie findest du denn den Dreck? Wie findet man denn so ein Dreck? Da war ich irgendwie, ich weiß nicht, 14 oder was, in Las Vegas, weil ich bescheuert bin! Mann! Was war das für eine schöne Unterhose? Sag mal ganz ehrlich, was war das für eine schöne Bücher-Unterhose? Wem hat sie gef... Was soll ich so eine Hose rausbringen? Deswegen hat er mich heute in der Insta-Story auch verlinkt. Oh Baby, diese lange Unterhose, oh die ist so schön! Yo, probier's! Ich werde sterben! Wie? Warte mal, was? War das eine Bildung, die in den Tag zurückgebracht hat? War das Sascha, wenn er Haare hatte? Warte, Sascha hat Haare? Bro, was? Was geht denn jetzt für... Der Typ ist Ami-Youtuber! Wer hie? Wer hie? Wer ist er? Warum redet er so, als ob er von Anfang an mein... Das ist JD, oder wie der heißt! JD! Alter, der Junge! Der hat schon damals auf meine Videos reagiert! Auf Alge! 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 Oh Baby! Der Typ, Alter, ich kenn den schon länger! Wer kennt den auch? Ich hab ihn ja öfter in meinem Stream gehabt, als er auf Sachen von mir reagiert hat und haben wir uns das angeschaut! JD! Oder irgendwie wie der heißt! Ey, der... Das ist wirklich, no joke! Das ist ein US-Ami, der dort abhängt und sich deutsche Videos anguckt! Komplett geisteskrank! Wirklich! Der guckt sich einfach die Videos von uns an! Für den sind wir... Wir sind Vorbilder von dem! Der ist US-Ami! Der Kanal, Alter! Er versteht doch kein Wort bei meinen Videos! Ich hab mit ihm telefoniert! Ich hab mit ihm telefoniert! Heute verstehe ich alles in deinem Video, du Idiot! I just drank Molly's personally for me up! Das hab ich nicht verstanden! Was ist das hier? Die Legende von A-A-A-A-X? Oh Gott, Kevin! Achso, von Max! Oh mein... What's that? You hear me? Yep, I do. What's that? You're hot. You're hotter. Somebody wants, told me to... Oh man! The world is gonna run it! Ey, der Typ nennt den einfach Snow Hops! Schon in der letzten Episode hat dieser Typ alles auseinander genommen! Are you a girl? Are you guys? Oh yeah! Of course I am! What the hell? Oh yeah, 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 yeah! No, yeah! Oh fuck! What the... I want the hell! I want to do it! Die Grüße gehen da raus! Und natürlich auch an Kevin! Kevin! Nur noch zwei Wochen! Dann endlich kein Bann mehr! Hat Kevin gebannt? Ist Kevin gebannt? Was hat der gemacht? Was hat der denn schon wieder gemacht? Handy am Steuer! Ja... Ja... Das ist natürlich... Ähm... Wenn du natürlich nen Livestream laufen hast... Dann bist du halt auch selber schuld, Kev! Da kann man ihm nicht helfen! Das ist doch Xata! Das ist Xata! Den... Den hör ich gern! Ich bin Xata, das Original! Kachu... Kuchu... Wir gucken mal rein! Sag mal, bist du vermissen mit euch los? Was seid ihr von der Familie? Was ist denn bei euch los? Was macht denn der Hund bei deinem Kind? Ähm... Was ist hier gerade? EA Sports! Wahrscheinlich EA Sports Intro eine Millionen Mal, oder? Darüber hinaus gehen noch dicke Grüße raus an die Zuschauer, die mir den Xata-Clip und den Hunde-Clip eingesendet haben. Falls ihr es nicht wusstet, wir drehen hier gerade den Nicht-Lachen-Challenge und keine Was-Zum-Teufel-Passiert-Hier-Challenge. Wobei Xata-Sing schon sehr wild aussah, muss ich ehrlich zugeben. Top 10 Reefed-Wins! Oh, jetzt bin ich gespannt! Kenn ich die nicht? Ist das nicht die, die immer voll auf mich abfährt und mir Nachrichten schickt im Stream? Hallo und so? Ja, das ist die! Die will mich! Was? Die will mich unbedingt, ne? Antonia! Ja, genau das ist die! Die will mich unbedingt... Ey! Bruder, die beballert mich mit Nachrichten und alles, ne? Na dann zeig dich mal, mein kleines Schnitzelchen! Baby, ob der Papa vielleicht mal einen kleinen Lecki wagt oder was? Antonia! Junge! Komm her! Safe, danke fürs Zuschauen oder so! Es gibt auch viele coole Videos auf Instagram, Digga! Bitte! Bitte! Sorry, ich meine natürlich TikTok! Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus! Maschallah, TikTok einfach die beste App, um Frauen zu klären! Hier kommt glaube ich nur von mir Videos, von ihr habe ich ganz viele Videos geliked... Ja, morgen fast alle geliked, Digga sehe ich jetzt gerade... Falls ihr da draußen noch Clips habt für die Nicht-Lachen-Challenge, dann sendet sie bitte an diese E-Mail-Adresse hier! Kuss geht wie immer raus! Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen! Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen! Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt... Heute, werde ich euch euch zeigen, wie zu schlafen in etwa 5 Sekunden! Es ist einfach ziemlich einfach, Bro! Okay! Also verstehe ich nicht, aber die beste, ganz ehrlich, Chat! Die besten Sachen waren wieder mit mir! Sascha, es war wieder ohne Scheiß! Die besten Momente mit mir, Alter! Baby! Die besten Dinge waren natürlich wieder mit mir, sag ehrlich, Chat! Das allerbeste! Der einzige Part, der wirklich Spaß gemacht hat, war das mit mir und mit dem US-Ami, ne? Das war wieder... Aber ohne... Es war an sich wieder... Sascha, es war wieder ein Video, das wichtig war! Ein Video, das wir brauchen! Wir brauchen Sascha! Sascha in den Chat! 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 IoT Bis zum nächsten Mal.